so leute neue folge an scharte 3 am start es geht direkt los also mehr oder weniger in 1 geht los heute mal mit dem markus und der schon total verstört so das absolute premium gameplay von mir sehen ja alex nachdem ich die map gesehen die map ist geil kann ich gar nicht ich kenne keine mehr da waren da war meine achten dass du gar nicht weißt du nicht mehr muss ich leiser machen alles wenn du mich hörst ich höre dich das ist kein problem also meine mein kleineschmeister granate das ist das spiel schön und so ein hacker legions was liefste bitte feiner was hat der brennenden leptilkopf was das denn das spiel träger oder bin ich das spiel nein das spiel maurus ich kann das überhaupt nicht zocken was wir einfach umgenockert was das denn wir einfach weggekloppt ich hatte früher so ein gutes konsolen aim wo ist das hin das ist der pc ich spiel zu wie ich bin zu bpc marcus ich bin zu bpc hatte ich habe auch eine killzone dieses jahr nicht ein konsolen shooter gespielt habe ich gerade liegt das sind alle scheiße alles hacker echt nicht kevin für wen denn die map ist übrigens scheiße deswegen spiel ich auch so kacke hier drauf gibt das kein ohne übertrieben ziel für die watchtops guck bitte nicht mir zu beim spielen als wenn du gestorben bist das ist peinlich ist mir peinlich erlauben ey junge kevin das gibt's doch haha kevin du bist ein opfer nein der holt mich jetzt auch noch ach der der 03 hat schnauze kevin von dir erwartet man das gibt's nicht das gibt's nicht da klaut der mir den ach ne jawohl ach mann 2 6 oh my god dead aim gerade pralle aber wenn man nebenbei power glow fährt das alles viel besser ne ich geb mir das einzige was ich mir hier gebe ist euer gelaber ne das ist das das einzige wahre jungen ach scheiße war steiner hat der feuerrate wow von 4 0 auf 4 3 what the fuck ich überlebte halt einfach mal wirklich ah wow so ein head schon weggebiestet ey den haben den harten level einer ey das ist ein schwer AUCH feuerrate kann hier keiner mehr ordentlich spielen ich brauch grad irgendwas aufgehoben ich dachte da war feuerrate drin Junge ich krieg alles die in sie mir hier die haben mich alle halt lieb ne Alex hast du mich auch lieb die die hab ich lieb lol durch die Däger kevin nicht ja das ist auch verständlich wie er spielt ja und auch passen maris auch ja ja da hab ich grad eine uuuuuh Respekt dass ihr wenn ihr in diesem Spiel gut seid Respekt an euch Beneige mein erhobenes haupt vor euch Alter was das denn jawoll mit dem Headshot Hacker ohja Respekt wenn ihr auf dieser Map spielen könnt mag euch auch ohne Witz erstmal granate da oben rein Kevin schreckt die C boah oh da war er ok granate geschmissen gehabt Alter viel Respekt wenn ihr auf dieser Map spielen könnt ich hasse diese scheiß Karte ey ich krieg von dem da was der hab ich kaputt gehauen he 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 näher nämlich nicht ein anderer hat der in der Animation hat der mich noch geholt geil alle schöne Feuerrate ne fühlen wir? Ne Nein Hätt mich auch irgendwie gewundert oh 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 Mhhhhhhhhh Das ist n Scherz Ich glaub wir gewinnen allein da oben kann man dran Du wichst, du schallt. Eichs, die Map haben wir früher so oft gespielt, als noch ein Blubover. Nein, nein, die Map ist so behindert. Da ist er, da ist der Kill. Das ist er, jawoll. Die Map ist und bleibt einfach nur behindert. Ja, das gebe ich, muss ich dir leider recht geben. Die Map ist so einfach so scheiße, ganz ehrlich. Boah, mein Aiming, das ist ja so traurig. Naja, Uncharted ist also allgemein nicht gerade das epische Map-Design, aber... Map ist auch nicht geil so schnell. Wüstendorf ist die Beste, wollte ich auch gerade sagen. Wüstendorf und Schloss, die beiden. Oh ja. Wieso kann ich den nicht stieren? Hat nicht den weggeaimt, Alter. Straight in die Head, ey. Wüstendorf ist das einzig wahre. Der Rest ist richtig ranzig. Ein Schloss machen. Ah, vor allem, weil sie hier immer hinter einem spawnen. Das ist... Oh, so minderwertig ist dieser Karte. Das hast du doch gesehen, Alex. Wie schön, es war mal weggekloppt. Hab ich leider nicht. Ich bin nicht stolz auf... Ich hätte nicht gerne beobachtet. Erster woanders, Alter, erster. Was soll ich denn machen? Die Map ist behindert wie sonst was. Oh ja. Aber auch die meisten Tote. Der hat einen Kill, oder? Marcus hat einen Kill? Ich bin selber so stolz auf mich. Mama, ich hab einen Kill. Wen hast du denn getötet? Ich bin Level 15. Du hast sogar zwei Karten, Markus. Markus. Du hast zwei Karten. Nee, das kann nicht sein. Nee, verarsch mich nicht. Ich hab nichts Zweck. Nein, das kann nicht sein. Aber auch vier Esses. Und ich hab sechs. Okay. Boah, den Gesicht aus dem Hotel hier sehen müssen, ey. Der war episch. Alter. Leute, holt dich MLB 13. Weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ja, das ist Baseball-Spiel, ne? Von EA. Electronic Arts. Nee, ist von Sony. Da gibt's wahrscheinlich DLCs, oder? Ja, ich bin ja ein Free-to-Player, Leute. Ich hab ja die OP-AK. Ist doch so. Ja. Wißt du, ich hab das einmal rausgehört, dann hab ich ja das Dreck gemerkt. 19.0, dann kommst du. Alter. Du hast nicht mit der Granate. Nein. Weil ich hab dich weggeschlagen, genau, ich hab dich weggeschlagen. Du hast ihn mit der AK angeschossen, und dann weggeschlagen, ey. Alter, alles war gut drauf, danach, könnt ihr euch vorstellen. Ich hab ihn zusammengeschrien, ey, das glaubt ihr gar nicht. Ja, bei dem, der hat sich richtig erst mal... Alter, komm, da baller ich jetzt erst mal einen raus, hat er sich gedacht. Ich hab ihn richtig ins Gesicht geschissen, ey. Wie so ein Mädchen geschrien. Und nicht mal zwingend, aber... Boah, Alter. Bin immer noch total... Jetzt hast du mich sogar noch daran erinnert, du Hurenkind. Boah. Die Aggression kommt wieder hoch. Power-AfK mal zwei, oder... Disconnect? Hallo? Ladies? Nein, ich bin hier. Achso. Immer hier. Boah, Juni. Markus ist bewahrt, immer noch still schwein. Ich genieße grad die Musik. Ich hab grad Besuch, ja. Aktiv besuch. Achso. Ich genieße grad... Ich genieße grad... Musik, ja. Ich bin mal allein, halt, alle. Ne. Team Heroes, ja, jetzt geht's los. Geile Map. Team Heroes. Team Heroes. Jetzt geht's los. Team Heroes ist geil. Die Map kann wenigstens noch was. Und so öfters wieder an Schad springen, glaub ich. Jawohl. Boah, Juni. Ich bin nonstop... Herzschlag. Und ich hab ihn noch gekillt. Ich hab ihn noch gekillt. Ich hab ihn noch gekillt. Wie schnell killen die einen denn bitte? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Das war noch das von Rassist. Ich hab ihn gehört. Das war nicht meine. Ja. Aber du hast mich geblockt, du Wunsch. Oh ja. Da oben ist wirklich einer. Oh, so ein Djinn von hinten! That's so nice, ey. Du hast eine Hacker. Da auf mich anzurufen. Spritze, gehen, ey. Spritze, gehen, ey. Oh, bitte lass das. Ne, Leute, das geht jetzt gar nicht. Jetzt hör doch mal auf mich anzurufen. Manche Leute verstehen das aber nicht. War Trump, das ist zur Zeit nicht verfügbar. Bitte hinterlassen, bitte. Alter bitte hinterlassen die eine Nachricht hat die Pippen Level ab das Alex Level ab Alex ja ich klettere da gerade hoch dann werft er den Laten aber ist ja halt dann startet ne Level ab Alex er hat bei mir ruft jemand an oh ja 38 gewollt Kevin du bist mein Mann ich habe Roman versprochen nach einem Level zu werden wenn du es immer mit mir aufnimmst aufnehmen bin ich mal dabei weißt du doch also nicht immer aber oft ja wenn ich Zeit hab lol okay er leckt zu viel Mord ich bin nicht negativ ich bin nicht negativ alter such epic oh 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 ja schon wieder dieses Hurenkind alter ohne Witz der ist voll OP wenn ein teammate auf mich schießt ey das ist das schlimmste was passiert drehe ich mich nämlich sogar immer noch um Moment Schatz ihr Wichser die Musik ist so laut ich höre ich kaum mehr aber es reicht das war ein Headshot das war ein Headshot ein Headshot ja auch Markus verteilt immer gerne Headshots oh ja straight in head meine Freunde immer rein damit ey bis die Jungs nicht mehr schlucken können bis sie nicht mehr mehr aufnehmen können das ist mein Motto immer rein damit ey bis die Handkapazität ausgenutzt ist bis die Jungs einfach voll sind weißt du aber man könne die auch nicht mehr mehr aufnehmen ja oah bei der Headkapazität das ist nämlich bei manchen nicht so besonders viel ja besonders bei Uncharted war ne besonders bei mir weißt du doch jawohl nein ich mag dich Alex oh 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 das war meine Granate keine Sorge ja danke Alex ich hab ihn abgerettet ja ich bin sowieso voll äh Alter schlägt er mich tot Alter das gibt's doch gar nicht oh cool ich möchte bei dir spawnen doch dieser McDouble ne du bist hinter dir Alex ja ok ich hab den schon gesehen ich wusste nicht vor der Map springen boah ich hab vier Medaillen wieso hab ich vier Medaillen oh jawohl ach ja mal ok ah das sind so schlechte Gegner ne ohne Spaß was nein ich bin schlecht na gar nichts oh Marcos wieder zwei Kills ja ja ich weiß mir läuft halt heute langsam läuft ja oh Gott oh lol heil Marie heil Marie oh er lag wieder kann mich noch killen Kevin du weißt noch wie das abläuft what leider what kann ich mal load out switchen ah switch load out steht da ja start switch load out ja halt die Schnauze jawohl ey lass es knacken weil es ein Hurenkind ist boah lass knacken oh snap bam da liegt die Tau alter jetzt geht es los kann sogar nix schlechtes Waffenspiel ich habe meine Feuerrate neu aufgehoben jetzt geht es ab boah wer hat mich da geblockt Kevin natürlich Entschuldigung ja ich hätte einen Pfeifler ja locker ein Pfeifler der Markus du 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 schade wer in das weißt wer ist so mongos nach wahlungen einstieg von bullet was das heißt dass er anstattet auch wenn man muss dauernd bildet one bullet anbillet mal was man will und bildet ich will es nicht bildet achten gewandt in der wahl 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 ja aber auch alter aber du bist ein bildes machen das zusammen ein wahl der wahl Was lang warst du da für eine Ficke? Das geht ja gar nicht klar. Musst du bis mal Big Bangs hier regucken. Big Bang? Bubbles? Also Big Bang, eh. Erfolgreiches Sitcom aller Zeiten. Ja, ich bin auch ein erfolgreiches Sitcom. Ja, Markus sitzt den ganzen Abend auf dem Sofa, ja. Markus sitzt du noch ein Kill? Ich sitze den ganzen Abend auf dem Sofa? Ja, und das... Ich sitze den ganzen Morgen auch auf dem Sofa. Und das ist eine Sitcom, Markus. Ach, eine Sitcom! Am wievielten August ist die Nacht der Gamescom, die Sitcom? Und jetzt wird mal einer sagen, Sarah ist da mal schlechte Witze, oder? Oh ja. Die GameUpon das Top-Wall ist. GameUpon das Top-Wall ist. GameUpon das Mercedes-Benz Offensive. Was knacken. Okay. Oh! War mir nicht, wie das passieren konnte. Ah, jetzt hast du mir auch nochmal ein Kill, ey. Das ist grad'n Hattrick, lass' mich. Oh, und da macht der Rauchbombe. Ja, hab' ja auch gleich gesagt. Alter, was haben die für Aim? Was haben die für Aim? Alter, warum stirbt der nicht? Ich bin so schlecht in dem Game. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, ich bin schlecht, da muss er nicht viel überlegen. Also, man muss sagen, gut gemacht, das ist ja multi-planet, weil irgendwie macht das Spaß. Nee, der macht keinen Spaß. Das ist mega kacke, ist der. Ja, ich weiß. Du kriegst auch nur auf's Maul. Oh, ich hab' doch extra deinen Firearm gemacht. Du kriegst ja auch nur auf's'n Maul. Ja, Kevin, was ist das denn mit dem Team hier? Ah, ja. Boah, Markus, was ist das? Weiß Alex. Klöst, die mir alle Kills. Oh! Oh, Entschuldigung. Boah, der hat mich als letztes weggeholt. Aber, wenn du ihn noch für Team killen? Oh, ich hab' fast ne, ich hab' mehr als ne, besser als ne 05er-Quote, das war cool. Ne, schlechter als ne, scheiße. Naja. Boah, Markus, jetzt. Die Falldeutig, wa? Die Kills sind auch schon weg, ne? Das war's aber erstmal für diese Folge. Ja. Da kann man den Leuten auch nicht zumuten hier. Das tut ja weh. Ja, also für eine Folge, das reicht. Also, mehr Wahnsinn geht nicht. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Auch drin. Tschö.